Herzlich Willkommen liebe 1000 PS-Freunde, ich bin der MEX und ich bin für euch auf der EICMA in Mailand unterwegs. Wir haben hier die ganzen Neuheiten 2020 vor uns und neben mir steht schon mal bei Yamaha am Stand ganz was Heißes und ich spreche nicht von der hübschen Plantine hinter mir, die ist auch ganz nett, aber es geht um die R1M, die Yamaha R1 für 2020. Beginnen wir gleich damit natürlich etwas überarbeitet, neue LED Frontscheinwerfer, ein bisschen eine schärfer gezeichnete Optik, aber natürlich auch fahrwerkstechnisch jetzt mit der neuen Generation des Öldins, des elektronischen Öldins Fahrwerks, ganz was Neues mit drinnen. Ansonsten Feinschliff natürlich jetzt alles Euro5 konform, der Klaus Grammer, aber auch der Nils haben schon ein Video dazu gedreht, also ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich denke mal bei der R1, aber auch natürlich bei der R1M hat eine sinnvolle Überarbeitung stattgefunden und es ist natürlich hier direkt am Yamaha Stand, wenn du herkommst, ein extremer Blickfang und so hat sie auch mich verzaubert und somit glaube ich war das ein guter Opener, aber jetzt schauen wir weiter zu den Modellen, die ihr vielleicht noch nicht kennt und da schauen wir jetzt mal quer durch den Stand und schauen, ob wir die Tracer 700 entdecken, die neue. So und jetzt bin ich direkt hergesprintet, weil endlich ist eine frei worden, wenn man da den Blick nach drüben schweifen lässt, das Interesse an der neuen Tracer 700 ist riesengroß und die war jetzt gerade frei und da habe ich natürlich gleich jetzt für euch in den Sattel geschwungen und was fällt auf? Natürlich als allererstes die Verkleidung, also das ist komplett neu gezeichnet im Stile oder im Sinne dieses Dark Side of Japan Motos, wir haben diese schmalen Scheinwerfer vorne, die jetzt mittlerweile eigentlich sich durch das komplette Modellportfolio ziehen, das hat begonnen mit der R1, geht über die R6, über die MT-09, über die die neue MT-125, also alle haben so ein bisschen diesen bösen Blick mit markanter, moderner LED-Front, aber im Allgemeinen finde ich es extrem schön, dass die ganze Front- und Seitenverkleidung jetzt sehr, wie soll ich sagen, rund und geschmeidig gezeichnet wurde, aber trotzdem mit klaren Ecken und Kanten im Sinne der Scheinwerfer da eben wirklich ein ganz markantes neues Design reinbringt. Das Windschild auch neu, wenn ich da bei mir nach vorne schaue, mit einem Handgriff ist es um sechs Zentimeter höhenverstellbar, ist natürlich sehr sehr schlank, passt aber optisch, wie ich finde, extrem gut auf die Maschine und natürlich hier vorne, wenn man dann den Blick weit auf die Seite schweifen lässt, merkt man sofort neue Handguards, wobei die Funktion eines Handguards möchte ich dem jetzt gar nicht so unbedingt attestieren, ich denke eher, es ist ein sinnvoller Windabweiser, in einem ähnlichen Stile kennen wir das schon vom Vorgängermodell auch, aber ganz neu sind natürlich jetzt die LED-Blinker, die waren beim letzten Modell noch in konventioneller Bauart ausgeführt und ansonsten eben diese Spoiler, Windabweiser, Handguards, wie auch immer man es nennen mag, ist halt ein bisschen überarbeitet worden, neu gezeichnet worden, aber ich finde, das passt wunderbar in diese Frontoptik hier mit rein und jetzt schwinge ich mich wieder aus dem Sattel, na Moment, bevor ich aus dem Sattel gehe noch was anderes, Kamerakind Valentin, schau mal, ob du das schaffst, dass du da einen Blick zu mir rein wirfst, nämlich die Tacho-Einheit ist neu, jetzt natürlich nicht erleuchtet, nicht illuminiert, schauen wir, ob das vielleicht bei einem anderen Modell dann ist, aber auf jeden Fall erkennt man, es ist jetzt ein viel breiteres Instrument vorne mit drinnen, ich habe schon laufen gesehen, es ist jetzt kein TFT, aber es ist mit unterschiedlichen Farben ein konventionelles LC-Display und das wirklich schöne, was ich absolut als tolle Neuerung empfinde im Sinne des Komforts ist, dass ich die Funktionen nicht mehr umständlich mit einem Mausklick, mit einem Mausklick sage ich, mit einem Fingerklick ins Cockpit umstellen muss, sondern nein, ich kann das jetzt von den Bedienelementen, ausregeln und das ist ein echter Gewinn für mich, weil es kann ich wirklich gar nicht leiden, wenn man da während der Fahrt mit einer Hand dann irgendwo ins Cockpit langt und hier fummelig was umstellt, jetzt mal das Ganze entspannt vom Lenker und das ist eine tolle Sache. Lenker, vielleicht auch noch ein sehr gutes Stichwort, der ist jetzt um einiges breiter geworden, ich glaube es sind 34 Millimeter, wenn ich jetzt recht informiert bin, also 17 auf jeder Seite wäre das, wenn man es durch zwei teilt und somit ist das Ding schon merklich breiter hier aufgestellt, noch dazu mit diesen Endkappen, die hier drauf sind, schaut das jetzt schon ein bisschen wuchtiger aus und ich denke mir, dass dieser breite Lenker dem Konzept im Allgemeinen sehr zuträglich ist und dass man das dann einfach noch ein bisschen aktiver und schwungvoller in den Radius werfen kann. So, jetzt aber genug aus dem Cockpit, gehen wir noch ein bisschen aufs Fahrzeug im Allgemeinen ein, wenn wir auf die Front schauen, ist es jetzt so, dass die Gabel immer noch eine konventionelle Telegabel ist, keine Upside-Down, aber ganz essentiell am neuen Modell, sie ist jetzt einstellbar und zwar in der Vorspannung und in der Zugstufe und das ist etwas, was ich echt schätze, weil das Fahrwerk von der MT-07, Tracer 700, aber auch von der XSR 700, das war immer so ein bisschen ein Problemkind, ich bin jetzt das noch nicht gefahren, aber ich begrüße es sehr, dass Yamaha sich hier ein bisschen der Kritik angenommen hat und jetzt hier einstellbare Ware liefert. Am Heck ist es glaube ich auch so, dass Zugstufe und Vorspannung einstellbar sind, Auspuffanlage, da kann man jetzt natürlich auch gleich bei dieser Gelegenheit einen Blick drauf werfen, Euro5 konform. Man hat halt das Beste draus gemacht, hier hat man eine Aluminium- oder Blechabdeckung mit draufgegeben, die ein bisschen diesen Vorschaltdämpfer, der hier vorne schon drinnen sitzt, kaschiert und ja, es ist natürlich jetzt keine Schönheit, sind wir uns ehrlich, diese Euro5 macht es natürlich der gesamten Branche schwer, aber wie gesagt, ich finde, sie haben es relativ gut gelöst und diese zwei Krümer sind halt früher erst weiter hinten in den Endschaltdämpfer oder Mittelschaltdämpfer reingegangen, jetzt führt das System die Abgase schon früher zusammen und das ist halt, denke ich mal, eine optimierte Maßnahme hier, um eben entsprechende Normen zu erfüllen. Gutes Stichwort an dieser Stelle ist vielleicht auch noch Motorleistung, die ist exakt gleich geblieben, also sowohl Drehmoment als auch Leistung, da hat sich eigentlich plus minus nichts getan, einzig die Spitzenleistung, die soll jetzt ein klein wenig früher anliegen, ich glaube, Yamaha hat es angegeben mit 250 Umdrehungen, wo das vorher jetzt dann anliegt und ich bin jetzt, wie gesagt, eben noch nicht gefahren, ich freue mich auch schon auf den ersten Test damit, ich weiß gar nicht, wer den Pressetest macht, aber wie dem auch sei, da kann man dann vielleicht später ein bisschen mehr erzählen. Ansonsten am Heck schauen wir da vielleicht noch weiter nach hinten, dass wir dieses Bike abschließen können, ist alles, sage ich mal, relativ beim Alten geblieben, natürlich, es wurde ein bisschen überarbeitet, aber diese, ja, für die Modellserie charakteristische Rücklichteinheit, manche wollen sie, manche wollen sie nicht, mir persönlich ist es ein bisschen zu drangepickt optisch, die ist gleich geblieben, da hat sich jetzt aus meiner Sicht nichts verändert, aber wie gesagt, auch LED-Technik hier mit Tränen und somit, ja, passt das. Jetzt schaue ich gerade noch eine Runde, habe ich was vergessen dran, es ist natürlich ein mächtiger Andrang hier auf der Messe, also ich muss schauen, dass ich nicht zu weit vom Kameramann weglaufe, aber ich denke mal, wir haben das Modell jetzt sehr gut abgedeckt mit den wichtigsten Dingen und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir weiter zu einem Dreirad. Ja, ich habe nicht zu viel versprochen, Dreirad im Sinne der 3CT 300 eine neue Kubatur unter den Yamaha Dreirädern, mittlerweile gibt es in dieser Familie drei Modelle, also die Zahl 3 verfolgt uns jetzt ein bisschen, und zwar ist das die 3CT 125, die 3CT 300 als goldene Miete möglicherweise für den Startverkehr und dann natürlich als Topmodell die Niken oder Niken mit dem Dreizylinder-Motor aus der MT-09 Familie oder überhaupt XSR 900, also es gibt ja mittlerweile ein breites Modellportfolio, wo dieser Motor mit drinnen steckt. In dem Fall hier haben wir den 300er Motor aus dem X-Max 300 und der ist jetzt dann auch technischer Natur, sage ich mal, gespickt mit allerlei wirklich coolen Features. Also wir haben drinnen auf jeden Fall mal der Sicherheitshalber, der Sicherheit wegen einem ABS-System, wir haben mit drinnen eine Traktionskontrolle und was ganz, ganz cool ist an diesem Tricity 300, der Prototyp, der letztes Jahr hier an der Messe stand, der hat schon vermuten lassen, Yamaha hat sich eine Lösung einfallen lassen, mit der man die Front stabilisiert, das heißt, wenn ich an der Kreuzung stehe, brauche ich den Fuß nicht nach unten geben, das System erkennt das automatisch, lockt die Räder und sobald ich losfahre, geht das dann quasi wieder in einen flexiblen Modus über und passt sich mit dieser Neigungs-Kinematik, die da halt so drinnen steckt, meinem Kurvenfastil an und dann ist das wieder eine Top-Sache. Ansonsten ein Modell mit viel Stauraum, mit viel Komfort im Vergleich zur Tricity 125 natürlich in den Abmessungen um einiges gewachsen, steht viel erwachsener da, steht auch viel breiter da und ich muss sagen, gerade diese Tricity 125, das war nebenbei bemerkt der erste Test, den ich für 1000 PS machen durfte, die hat mich damals schon begeistert, weil ich mir denke, einfach für die Stadt, wenn es auch mal regnet oder sogar bei winterlichen Fahrverhältnissen, habe ich da einfach ein deutliches Sicherheitsplus, habe trotzdem viel Stauraum unter der Sitzbank, habe meine Helme rein, meine Einkäufe, eine Aktentasche vielleicht und somit ist das wirklich ein tolles Gerät und jetzt eben 2020 mit mehr Hubraum, mit mehr Infotainment auch oben, also es ist natürlich eine wirklich eine große Displayeinheit mit drinnen, ich habe eben tolle Sicherheitsfeatures an Bord, eine super sinnvolle Sache, bin ich wirklich gespannt, wie sich das verkauft und wie sich es fährt und zu guter Letzt noch eine wirklich eine tolle Sache, ich habe gehört, dass angeblich dieses Fahrzeug mit dieser breiteren Spur auch mit einem B-Führerschein fahrbar sein soll, aber zu dem Zwecke, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, werde mir noch einen Ansprechpartner von Yamaha ins Boot holen, mal schauen, ob ich da jemanden finde, ich bin gleich wieder zurück. So, bei mir ist jetzt der Andi, Marketingleiter von Yamaha Deutschland, servus Andi. Ich freue mich, dass ich mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Ja, ich habe es vorher schon kurz angekündigt für unsere User, es ist ja ganz was Spannendes passiert, ihr habt euch dafür entschieden, soweit ich jetzt Gerüchte gehört habe, dass man das auch mit einem Autoführerschein, sprich einem B-Führerschein fahren darf. Erstens mal die Frage, ist das wahr und zweitens, warum bei diesem Modell ja, bei der Tricity 125 aber nicht und bei der Niken nicht? Also erstmal kann ich das Gerücht ausmerzen, es ist natürlich ja, man sieht es allein schon am Fußbremshebel auf der anderen Seite, war aber auch ganz wichtig und war von Anfang an klar, dass wir bei dem Thema auch den sogenannten LT-Variante, also die Möglichkeit mit Autoführerschein zu fahren, bringen. Warum nicht beim Tricity 125? Tricity 125 war das erste Modell mit der sogenannten LMW-Technologie, die Yamaha gebracht hat. Natürlich immer ein bisschen den Fokus auf die südeuropäischen Länder, da ist das Thema natürlich Autoführerschein nicht ganz so. Eine Umrüstung, wie es damals bei dem Konkurrenzprodukt, die damit ursprünglich angefangen haben, war für uns, kam nichts zum Tragen, weil es technisch sehr aufwendig ist und beim 125er dann auch nicht so viel Sinn macht, weil es ja Alternativen gab mit höheren Kubikklassen. Aber wäre es jetzt von der Spurbreite generell machbar gewesen beim Tricity 125, ich glaube da gibt es ja auch 47 Zentimeter, muss das auseinander sein, damit es geeignet ist? Hier haben wir eine Spurbreite von 47 Zentimeter oder 470 Millimeter, bei Tricity eben nicht, da war es nicht vorgesehen und die technische Lösung wäre sehr komplex gewesen. Muss man dann natürlich auch sehen, dann kann ich es mit dem Autoführerschein fahren, da kann ich aber natürlich auch andere Modelle mit höheren Kubikklassen fahren, dann ist ein 125er einfach nicht so interessant. Darum war für Deutschland jetzt gerade im Nachhinein es nicht so sonderlich interessant den Tricity da abzudaten. Jetzt bist du natürlich für Deutschland verantwortlich, aber jetzt gleich von mir die Frage, es ist wahrscheinlich auch in Österreich so, ne, denke ich? Ich denke, dass es aufgrund der europäischen Führerschein-Regularien dann auch entsprechend so war und was das anbelangt auf jeden Fall, also auch da die Autoführerschein- Führerschein-Logik gilt überall in Europa, sodass es sichergestellt ist, was auch definitiv und so kennen wir eigentlich unsere geplanten Verkaufszahlen für Deutschland, aber auch für die anderen europäischen Länder entsprechend natürlich nochmal zusätzlich Potenzial bieten, was auch wichtig ist, definitiv. Und ich denke mal, aufgrund dieser Tatsache rechnet sie euch schon ein deutliches Absatzplus auch aus, weil das glaube ich immer wieder ein interessantes Thema ist, also Führerschein-Besitzer, die halt normal nur mit dem Auto unterwegs sind, dass man die halt anspricht und auch als neue Kunden akquiriert, ne? Absolut, wir haben ja, sagen wir mal, was ist am Lengen zwei Varianten. Wir haben Leute, die früher mal Zweirad gefahren sind, ob sie damals ein 80er gefahren sind jetzt in Deutschland oder eben Motorrad, die theoretisch den Führerschein haben, aber sich nicht sicher fühlen, aber jetzt in dieser ganzen Diskussion will ich noch einen Zweitwagen, kann ich mir das leisten? Umweltzonen jetzt in Deutschland, kann ich noch in die Stadt rein oder nicht? Aber auch so ein bisschen, ich nenne es mal Dolce Vita-Feeling haben, die einfach mal wieder Lust auf Zweirad haben. Da bietet sich sowas ideal an, 300 Kubik, das ist eine Technik und auch eine Größenordnung, wo sie sich wohlfühlen, aber ich habe die Sportlichkeit, die Agilität eines Motorrads. Aber dann vielleicht natürlich auch Sachen wie Kombibremssystem, ABS sowieso, Traktionskontrolle, also alles, was jetzt up-to-date ist, wo ich dann auch einfach dem Kunden sagen kann, setz dich drauf, du fühlst dich sofort zu Hause, du hast das dritte Rad, das zusätzlich Stabilität, Fahrsicherheit anbelangt, das ist also entsprechend wichtig. Und natürlich dann generell Autofahrer, den Markt haben wir bisher anderen Herstellern überlassen und denken, dass wir natürlich zum einen durch den Namen, durch die Bekanntheit, aber durch auch die Technik, wie wir das Ganze gelöst haben, das ja definitiv durch unsere LMW-Technik anders ist als beim Wettbewerb, was die ganze Sache sportlicher, agiler macht. Dynamischer, einfach im Fahrbetrieb. Also ich kenne es selbst, wie gesagt, Niken bin ich schon gefahren, Tri-City 125 bin ich schon gefahren. Ja, es ist einfach ein ganz tolles System und das begeistert einfach im Sattel. Das muss man ausprobieren, oder? Ja, definitiv und das ist eben nicht nur, wir bauen jetzt was an einem Modell beim Tri-City 125, sondern dass diese ganze LMW-Technik, also Mehrspur-Technik, die bei Yamaha eigentlich schon 30 Jahre alt ist, wo ich glaube immer wieder Möglichkeiten, dass es eben auch nicht nur so ein One-Hit-Wonder ist, sondern dass man eine Logik, eine Technik hat, die man dann mehrfach ausspielen kann. Man sieht es ganz einfach dran, beim Roller habe ich andere Voraussetzungen, was Stabilität anbelangt, ich habe meine Gabelholme innen drin, brauche ich nicht so eine Schräglage. Bei den Eiken ist das Thema Schräglage natürlich wichtig. Ich setze es anders ein. Und so hat man dann eben nicht nur eine Lösung, die man jetzt versucht, an verschiedene Modelle hinzupacken, sondern eine Technik über dieses Ackermann-Prinzip, was man einfach noch in viele Sachen überlegen kann. Und man kann es in weite Ideen spinnen bis zu, ich sage mal, eine große Enduro-Nummer, um das Gedanke nicht weiterzuspielen. Also, dürfen wir da schon was erwarten die nächsten Jahre, jetzt kriegen wir die Insights da. Nein, 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 aber einfach nochmal, um zu sehen, dass es sich in alle Richtungen auch denken lässt. Es ist natürlich eine neue Technik, beim Roller vielleicht mehr akzeptiert, aber jeder, der es gefahren ist, und das hat es so ja bestätigt, es macht Spaß und darum kommt es am Ende darauf an, weil es neben dem Spaß auch ein zusätzliches Sicherheitsfeature ist. Du, eine letzte Frage, für Spaß braucht es immer auch Leistung, die Leistungsdaten habe ich jetzt nicht auswendig gewusst von dem, du kannst sie mir aber wahrscheinlich sagen. Gute Frage, wir haben den 300er Motor, der auch bei uns im XMAX 300 drin ist. Ich meine, ich müsste es aber auch ein bisschen flunkern, weil es auch nicht, ich meine, dass wir irgendwo um 32, 33 PS sind, also auf jeden Fall auch A2-tauglich, mit einem Bluecore-Motor, der sehr sparsam, aber durchzugsstark ist, also ideal, um in der Stadt zu fahren, aber durchaus auch, um mal mit zweiter Person über Land sich zu bewegen und nicht das Gefühl zu haben, es geht nicht voran. Wunderbar, Andi, vielen, vielen Dank für diesen Input, hat mich sehr gefreut, wünsche noch eine gute Messe. Dankeschön, euch auch. Danke. Ciao. Ja, und wir stehen jetzt explizit hier bei einem Sondermodell, und zwar dem TMAX TechMAX, der glänzt vor allem optisch durch gülderne Felgen, gülderne Federelemente, aber natürlich auch technisch haben sie bei dem Sondermodell einiges mit reingepackt, das die Serie nicht hat. Das wäre zum einen Griffheizung, eine Sitzheizung, ein Tempomatisier serienmäßig mit drauf und noch ein paar andere kleine Features, die das echt zu einem tollen Modell machen. Also das höhenverstellbare Windschild funktioniert an dem TMAX elektronisch, das ist glaube ich auch noch eines dieser Features. Und ansonsten, das Modell wurde natürlich grundlegend mal etwas überarbeitet, hat einen Feinschliff bekommen. Die Frontpartie mit den Scheinwerfern jetzt gar nicht so offensichtlich, aber im Detail ist es trotzdem so, dieser LED-Blinker, dieser Balken hier, war früher konventionell, jetzt eben in LED-Technik und wenn man jetzt einmal nach hinten schaut, ja und hier am Heck sieht man dann, wie angekündigt, diese wirklich wesentliche überarbeitete Rücklichteinheit, jetzt auch eben in sehr sehr hübscher LED-Technik ausgeführt, LED-Blinker dazu und damit ist es wirklich ein optischer schöner Feinschliff, aber trotzdem dieser Linie des TMAX, die man halt so kennt, über die letzten Jahre schon, der ist mir treu geblieben. Und einen weiteren Feinschliff, weil wir hier jetzt gerade noch eben beim Sondermodell Tech-Max stehen, da fällt mir gerade ein, ist das Federbein, das ist hier an diesem Modell einstellbar, also das ist auch eine schöne Sache für alle, die sportiv krachen lassen wollen, die können da noch ein bisschen Justage betreiben und können das Federbein auf die individuellen Bedürfnisse adjustieren. Ansonsten am Tech-Max, was wurde noch überarbeitet, es gibt jetzt einen Smart Key, das heißt, der kann im Säckel bleiben und ich kann wirklich alle Funktionen trotzdem dann mit Funker quasi betätigen, das heißt, ich kann die Sitzbank öffnen, ich kann den Tank entriegeln, ich kann den Motor starten, natürlich sowieso, also das geht jetzt alles mittels eines sogenannten Smart Key. Ansonsten auch neu, der Zentralständer, wenn das Bike oder der Roller da jetzt drauf geparkt ist, dann hat er eine Verriegelung, das kommt natürlich der Tippstahlsicherung zugute und elektronischer Natur fällt mir jetzt auch noch ein, die Traktionskontrolle wurde des Weiteren überarbeitet, die gab es ja schon vorher im Modell mit drinnen, aber jetzt ist sie zweistufig und soll etwas feiner regeln, sagt Yamaha, also auch da hat man sich ein bisschen der Performance und der Sicherheit angenommen und hoffentlich dann eine ganz tolle Lösung gefunden. Testen wird ihn der Kollege Horvath, soweit ich informiert bin, also auch hierzu erwarten euch in Kürze schon einige weitere Infos und jetzt schauen wir nochmal ein bisschen weiter quer über den Yamaha-Stand, es gibt ja noch viel zu entdecken und falls sich jemand von euch zwischendurch schon gefragt hat, warum steht denn der Max heute so komisch im Anzug da, naja, die EICMA ist natürlich Hochbetrieb für 1000 PS und ich mache auch Kundenbetreuung und das ist natürlich ein ganz toller Termin für mich zum Netzwerken, neue Kunden und Partner kennenlernen und da muss ich mir natürlich adäquat kleiden, aber ich mache mir auch gern für euch hübsch, also insofern passt das eh wunderbar. Also, kommt's mit jetzt noch! Ja und wenn man hier so durch den Yamaha-Stand schmökert, dann sieht man auch was ganz schönes, sie kümmern sich auch um, ich will jetzt nicht sagen alte Modelle im Portfolio, aber ich sage mal etablierte Modelle, die bekannt sind und jetzt stehe ich vor so einer FJDR 1300, ist natürlich immer ganz aus Besonderes so ein Motorrad mit einer großen Kubatur mit mächtig Drehmoment und da hat man eine Ultimate Edition aufgelegt, die ist limitiert, hat eine wunderschöne Speziallackierung, also ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera einfangen kann, aber es ist so ein hübsches Schwarz-Metallic mit goldenen Akzenten am Tank und natürlich auch den güldernen Felgen mit dazu, also das finde ich ganz nett und für Freunde des großen Hubraums ist hier vielleicht was ganz Tolles entstanden. Ja, jetzt haben wir vorgekämpft in die Tenere 700-Ecke hier am Yamaha-Stand, ist natürlich nach wie vor ein neues, aktuelles Modell, wird jetzt erst richtig ausgeliefert, wenn man auch so möchte und da ist natürlich gewaltiges Interesse der Leute auch hier, man beruft sich gerne auf die Gene im Rally-Sport-Bereich, wo Yamaha mit diesem Modell über Jahrzehnte hinweg erfolgreich war, muss man sagen und jetzt hier natürlich, wenn man einen Blick nach drüben schaut, die Leute sitzen im Probe, die Leute sind interessiert am Modell. Ich selbst habe sie ja testen dürfen am internationalen Pressetest, so jetzt habe ich es herausbekommen und bin auch damals schwer begeistert gewesen von diesem Modell. Wir haben schon viel berichtet, auch über die Tenere 700 in diversen On-Road, Off-Road-Tests am 1000 PS Kanal, also ich glaube dazu ist eh alles erzählt, aber ich finde es trotzdem schön, dass das Interesse nach wie vor an diesem Modell so hoch ist und dass viele Leute da einfach neugierig drangehen und immer noch neue Details entdecken. Yamaha selbst präsentiert natürlich bei dieser Gelegenheit Zubehör in Form von Gepäcksystemen, Sturzbügel, Zusatzscheinwerfer, ist natürlich schön auf so einer Messe, wenn man sich hier als Kunde auch ein bisschen inspirieren lassen kann. Ja, zu guter Letzt habe ich mich jetzt bei den Eisen für die junge Fraktion eingefunden, MT 125. Natürlich auch eine ganz tolle Neuerung, jetzt mit diesem aggressiven, aber dennoch sehr ansprechenden Dark Side of Japan Design oder mit diesem Look eben im Stile der anderen großen Bikes mit den LED-Scheinwerfern. Hier als Besonderheit auch dieser zentrale Zusatzscheinwerfer hier unten drunter, quasi das ist eine Positionsleuchte, Tagfahrlicht hier drunter, der eigentliche Scheinwerfer, so müsste man sagen. Aber finde ich auch extrem gelungen, ganz ganz tolle Überarbeitung von Yamaha, das ist wirklich was, also ich glaube, wäre ich jetzt 16 Jahre alt, das würde mir extrem taugen und was mir an dieser MT 125, das Vorgängermodell, bin ich gefahren, auch wirklich zusagt, dass das ein Bike ist, wo man als Großgewachsener viel Platz hat drauf, wo man sich nicht irgendwie zusammenkrümmen muss, um hier entsprechend eine Position zu finden. Es ist echt so, dass die Knie, selbst mit meinen 1,90 hier wunderbar unter diese Ausnehmung vom Tank schlupfen, sodass ich mich hier wirklich wohlfühle drauf und ja, einfach ein richtig geiles Eisen, also da würde ich mir ab und zu wünschen, ich wäre nochmal ein paar Jahre jünger, dann wäre das am Schulparkplatz meine Nummer 1 und damit ist man glaube ich mit vorne mit dabei. Hinten für die hübsche Sozia ist auch Platz genug, eine gelungene Überarbeitung in der kleinen Kubaturklasse, immer schön sowas auch zu sehen und immer schön, dass Yamaha an allen Fronten Gas gibt und in diesem Sinne werde ich mich jetzt langsam aber sicher bei euch verabschieden, ich hoffe, euch hat es gefallen, ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen was mitnehmen von den Neuheiten, wenn dem so war, schenkt es mir einen Daumen hoch, lasst mir ein nettes Kommentar da, wenn es Fragen gibt, ich werde mich bemühen, werde dem wieder nachkommen, werde es beantworten und in diesem Sinne schmeiße ich mich jetzt weiter, es gibt noch viel zu entdecken auf der EICMA, bleibt dran, schaut weiterhin zu, alles Gute und bleibt sitzen oben. Tschau, führt euch.